Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute steht ein wichtiges Thema auf der Agenda. Wie sagt man Nein richtig? Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, eine Absage in eine Fremdsprache zu erteilen, wenn man noch nicht über viele Redemittel verfügt. Einerseits möchte man Grenzen setzen, andererseits möchte man mit Nein niemanden kränken. Heute lernen wir wichtige Redemittel für eine Absage, die man sowohl im Büro als auch im Freundeskreis benutzen kann. Es geht los! Eine Absage sollte eine gewisse Struktur haben, nämlich drei Teile. Dazu raten Psychologen. Im ersten Teil sollte man sich bedanken oder zum Beispiel ein Lob aussprechen. Dadurch würde eine Absage nicht so hart klingen und nicht so wehtun. Im zweiten Teil sollte man Nein sagen. Und im dritten Teil erklärt man, warum man absagt. Was kann man im ersten Teil sagen? Wie bedankt man sich? Wie äußert man ein Lob oder zum Beispiel eine Wertschätzung? Das kann man folgendermaßen tun. Danke für. Zum Beispiel. Danke für die Einladung. Danke für das Angebot. Danke für deinen Vorschlag. Und dann kommt ein Nebensatz. Zum Beispiel. Danke, dass du mir das zutraust. Danke, dass du gefragt hast. Danke, dass du dies vorgeschlagen hast. Danke und dann folgt ein Hauptsatz. Zum Beispiel. Danke, ich weiß das zu schätzen. Danke, das ist lieb von dir. Oder einfach Danke, lieb von dir. Danke, das ist nett von dir. Und so kann man zum Beispiel ein Lob bzw. eine Wertschätzung äußern. Das ist eine gute Idee. Oder das ist eine tolle Idee. Das ist eine großartige Idee. Ich finde deine Idee gut. Oder ich finde deine Idee toll. Ich finde deine Idee großartig. Ich weiß, dass diese Aufgabe wichtig ist. Oder ich weiß, dass dieses Projekt wichtig ist. Ich weiß, dass es dir wichtig ist. Im zweiten Teil folgt die Absage. Also nein. Das kann man zum Beispiel folgendermaßen tun. Leider kann ich nicht kommen. Zum Beispiel zu einer Party. Oder Leider kann ich nicht mitkommen. Zum Beispiel ins Kino. Leider kann ich an diesem Tag nicht. Oder an diesem Abend. Oder an diesem Wochenende. Leider muss ich absagen. Leider kann ich das Angebot nicht annehmen. Leider muss ich das Angebot ablehnen. Leider kann ich diese Aufgabe nicht übernehmen. Du kannst den Satz hier mit Leider beginnen, musst es aber nicht tun. Das hängt davon ab, wie du den ersten und den zweiten Teil miteinander verbindest. Fällt dir noch ein Beispiel für den zweiten Teil ein? Du kannst es gerne in die Kommentare schreiben. Im dritten Teil sollte man begründen, warum man abgesagt hat. Zum Beispiel. Ich bin schon verplant. Das bedeutet, ich habe schon andere Pläne. Oder Ich habe schon was anderes vor. Das bedeutet das Gleiche. Ich habe schon andere Pläne. Ich habe schon was anderes für diesen Abend geplant. Oder Für diesen Tag. Für dieses Wochenende. Ich habe noch viel zu tun. Dafür ist eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege zuständig. Ich habe bereits viele To-Do's auf meiner Liste. Das To-Do ist eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Mein Kalender ist schon voll. Ich habe eine strikte Deadline, die ich unbedingt einhalten muss. Wenn dir noch weitere Beispiele einfallen, lass es mich unbedingt wissen. Schauen wir uns jetzt konkrete Beispiele an. Angenommen, ein Freund von mir hat mich ins Kino eingeladen. Ich kann aber nicht mitkommen, aus welchem Grund auch immer. Ich kann ihm zum Beispiel so antworten. Danke für deine Einladung. Leider kann ich nicht mitkommen, weil ich schon was anderes vorhabe. Aber ein anderes Mal sehr gerne. Ein anderes Beispiel. Meine Freunde haben mich zu einem Spieleabend eingeladen. Ich kann aber nicht kommen und muss absagen. Zum Beispiel so. Lieben Dank für eure Einladung. Leider kann ich nicht kommen. Ich habe schon was anderes für diesen Abend geplant. Oder Danke für die Einladung. Sehr lieb von euch. Leider kann ich an diesem Abend nicht. Ich habe sehr viel zu tun. Ein weiteres Beispiel. Ein Kollege bittet mich, eine Aufgabe zu übernehmen. Ich habe aber keine Zeit dafür, weil ich zum Beispiel einen wichtigen Bericht vorbereiten muss. Ich kann dem Kollegen so antworten. Ich weiß, dass diese Aufgabe wichtig ist. Ich kann sie heute aber nicht übernehmen, weil ich eine strikte Deadline für meinen Bericht habe, die ich unbedingt einhalten muss. Tut mir leid. Noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du noch nicht weißt, ob du zusagen oder absagen willst, kannst du dir Zeit verschaffen, indem du Folgendes sagst. Lass mich diese Frage klären. Lass mich diese Frage klären. Ich komme bald auf dich zurück. Oder Lass mich meinen Kalender checken. Ich komme gleich auf dich zurück. Oder Lass mich kurz darüber nachdenken. Ich komme bald auf dich zurück. Ich komme auf dich zurück bedeutet, dass du die Person kontaktieren wirst, sobald du eine Antwort für sie hast. Das ist eine gute Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen und sich eine Antwort in Ruhe zu überlegen. Zum Beispiel, ein Kollege möchte mit mir etwas besprechen. Wollen wir uns heute zusammensetzen und diese Frage besprechen? Ich weiß aber noch nicht, ob ich heute Zeit dafür habe. In diesem Fall kann ich so antworten. Lass mich kurz meinen Kalender checken. Ich komme gleich auf dich zurück. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass mein Video hilfreich war. Und wenn dir meine Videos gefallen, würde es mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du keine Videos von mir verpasst. Mach's gut. Tschüss.